Wie gesagt, danke, können wir es ähnlich spielen, weil dann kotzen wir. Geil, guck mal, einmal geradeaus. Was denn? Da, 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 hier, hier, komm. Was denn da? Ja, aber, aber, wir fangen zu kotzen, wie in Handschuhe und Brüder und, 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 und so, ne? Du noch, und hier, ah, wo. Das war schon. Und hier, nochmal, geil, komm. Das ist aber schön, dass ihr eingeschaltet habt. Juhu. Da freue ich mich aber. Juhu. Was denn? Das hat schon Spaß gemacht eben, ich habe hier alle platt gemacht. Juhu. 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 Das ist sehr gut. Juhu. Aber das ist sehr gut. Aber das kann ich nicht verlassen. Juhu. 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 Guck mal da, ein Pferd. Guck mal da, Rabi. Das kann ja, das kann ja eigentlich werden. Was soll da schon schief gehen? Na, lebst noch? Natürlich. Da ist ja kein Problem. Macht ja nichts. Alter, hast du, hast du einen Raben? Oh ja, hab ich wirklich. Fuck. Stimmt. Ah, du Penner, ey. Wusste ich nicht, da hat der automatisch beibehabt. Hab ich wirklich? Loll. Ich hab Tiergesicht, du Tiergesicht. Ja, ich kann nicht dafür. Ich kann aber auch den Mann aus den Bergen. Bist du nicht? Ich hab die Bergenmarke. Oh Gott, um so ein Ding. Nichts geht über Bergenmarke, Bergenmarke. Ähm. Qualität. Mhm. Ja, wo gehen wir hin? Zum anderen. Cool. Das ist voll die schlaue Entscheidung. Du könntest ja so ein Tätel machen. Du, du willst mit mir gehen? Ja, nein. Ja, nein. Mhm. Das dauert immer so lange. Du bist im nächsten Container. Im nächsten Container? Willst du in der Container? So hieß das damals in meiner Zeit, als ich vor 40 Jahren noch sehr jung war. Als du vor 40 Jahren noch sehr jung warst? Mhm. Als ob du vor 40 Jahren jung warst. Ne, stimmt. Da war ich gar nicht da. Wie jetzt? Wo warst du denn? Auf'n Konzert? Hast du wieder Musik gemacht? Mhm. Cool. Was ist denn los? Ey, komm her. Oh, aber das ist denn falsch. Warum haust du mich denn immer? Hast du ein persönliches Problem? Ich hab' ihm schon. Wird du die holen? Ja. Macht man halt so. Was ist denn hinweis holen? Was ist denn der hier? Wie ist denn der hier? Oh, ja. Wie ist denn der hier? Die hier ist doch kein Hinweis. Ja, warum sagst du denn gerade, hast du den Hinweis geholt? Woll, lass dich doch. Ja, Alter. Ja, du hältst ja immer irgendwo einen Hinweis holen können. McFly, ey. Was? Marty? Oh Gott. Okay, ist alles ruhig? Okay, da nicht. Ja, wir sind aber auch recht am Poppest der Welt, ey. Noch ein Hinweis. Ich glaube, die machen schon wieder alles. Meinst du schon? Meinst du, es lohnt sich überhaupt noch hinzugehen? Das stimmt nicht. Uh. Ja, der nächsten 100 Meter. Ja, ich weiß ja nicht. So nicht. Ja, weil da nichts ist. Alles, fahren wir weiter weg. Alles, fahren wir weiter weg? Ich habe wirklich das Gefühl, die haben die überarbeitet. Die Gesichter? Warum sehen die nicht mehr so Minecraft-mäßig aus? Das auch. Und da. Und da. Okay. Das ist der Falle gewesen. Alter, du bist nicht direkt da durch, ey. Was denn? Oh Mann. Ich habe den instant losgelassen, dann läufst du da direkt durch. War einfach eine Falle. Oh. So, da geht ich hin. Also, gehen wir jetzt erstmal die anderen hin. Willst du noch holen? Ja. Enten. Enten? Ist mir egal. Ist mir egal. Ich habe ein Tiergesicht. Hey. Ach so, wir sind uns. Und sonst so. Och, na ja. Läuft bei dir? Schon. Schon. Cool. Schon. Wunderschaf. Na, hier sind wir schon meine Nerven. Ah. Machst du schon richtig? Ist ja nicht so, als ob ich da unten zwei ausgabe. Dinge haben. Pff. Hä? Das war doch jetzt recht laut. Ja, weil wir nur immer von 40 Metern waren. Du musst die 80 Meter Grenze hören. Die 80 Meter gehen sogar leise. Die 40 Meter Grenze ist immer laut. Ich muss von mir jetzt kommen runter gehen. Ich kann den Gang nicht mehr mitzumachen. Ich kann den Gang nicht mehr mitzumachen. Der bringt ja nichts. Ja, bringt ja nichts. Ja, doch. Mach mal. sich werfen oder was ja werfen scheiße du hast ja warum machst du hier dicht hey helter Ich hasse das, die so abrundtief ist. Ich halte aus dem Leben. Ich löse alle Fallen aus, fang an zu bluten. Das ist doch kein Problem. Alter! Was? Du machst ja alles dicht. Ha? Du sagst mal dicht. Du hast die Not. Dynamit! Hier ist Dynamit! Genau, ab! Fick dich doch, du scheiß Vieh, ey. Hast du hier zugemacht? Ja. Moment, Dynamit! Hier sprengt die ganze Zeit wieder auf. Die haben wieder aufgesprengt. Hier vorne? Hinten. Da, wo du zugemacht hast. Ich muss ja nicht schießen. Wann macht der mein dummer Charakter? Wann wenn ich reinkomme? Gut, du hast einen? Ich hab einen. Der hier ist gestorben, keine Ahnung. Hier ist auch was explodiert. Hier ist einer drin, oder nicht? Ich weiß es nicht. Dann war er das gerade. Ich bin hier schon gerade. Der ist drin. Hast du den? Nee, aber wer anders ist tot. Ja, gut. Da kommt noch ein Gegner. Dort war schon einer und der ist jetzt tot. Der liegt hier. Pass auf. Der muss um die Ecke stehen, der andere. Pass auf. Der hat den gekillt, hat ich was nicht. Nee, das Gift. Hier oben. Nee, das Gift, aber nicht von mir. Nee, ich hab da Gift hingeworfen, hab ich doch gesagt. Nee, aber der ist hier gestorben. Ja, ich hab da Gift hingeworfen. Wie oft denn doch? Gut, weil ich's nicht sehe, deswegen... Da, oben. Da, oben. Okay. Oh, lol. Nicht schlecht. Die Falle da unten hat den aufgehalten, dass er nicht weiter reinkommt. Und das Gift hat den gekillt. Hier oben ist doch alles gut. Der eine, da hat er unten den Boss alleine gemacht. Was ist das? Was ist das? Ja. Ich hab mich da tot geloopt, die sind vorne noch. Nee, da ist ja Gift. Ja, und? Ich will mich nicht vergiften. Anti-Gift. Ach, Anti-Gift. Anti-Gift. Gut, der da unten hat den alleine gemacht. Der Boss hat da den genommen und ist rausgerannt. Da unten nimmt keiner mit. Okay, da oben ist noch her. Woher weißt du das? Weil die Runde gerade aktiv wurden. Okay. Hinten ist noch ein Stolperdrahtfalter an der Treppe. Äh, der Stolperdraht, ähm, starke Draht. Okay. Was denn jetzt? Ich brenne die ab. Was, das Holz? Aber dreifach. Oh. Lass uns dran kommen. Hm, okay. Ich hab noch ein bisschen den linken Boss, was der gekocht hat. Ich würde, dass wir hier wieder irgendwo rauskommen, ne? Hihi. Ja, wir müssen dann noch runter zum anderen Boss. Was ist das? Sollen wir mal gucken? Guck mal. Also, ich seh nix. Da steht da woanders rum. Über den hinten, da wo du stehst. So, ich guck nochmal. So. So, wo gehen wir jetzt raus? Da ist auch ein Stacheldraht da unten, ne? Da ist ein Stacheldraht da oben, ne? Dann lass da raus, wo der Kollege brennt. Äh. Ne, ich muss die andere... Die andere Fall ist gar nicht mehr da. Denk da, hier ist es gift. So, dann lass mal runter. Du hast auch noch Sicht, ne? Kannst du einmal gucken dann? Ja. Okay, sieht gut aus. Ja, rausgerannt. Ja klar, die Hunde steht draußen rum. Ja. 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 Dann. Ja. 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 Granator, Handgranator. Wölbe oder Radvölle. Hast du noch? Ich hab noch zwei Sekunden. Okay, hab noch drei Sekunden. Willst du kurz vorne gucken? Willst du oder hast du schon? Nee, kann nicht, warte. Okay, noch zwei Sekunden. Von Osten bis Südwesten ist safe. Ich geh davon aus, der wird rausgerannt, weil der Kollege halt abgebrannt ist. Naja, aber vorhin war ja auch noch welche da. Naja. Du 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 du. Ich guck da einfach. Äh, sehr gut aus. Hast du einmal im Kreis gedreht? Ja. Wovie Sekunden hast du noch? Zwei. Warte, hier ist noch eine. Guck mal einmal. Wann nehm ich dein Ding mit? Michael. Warte, ich hab immer ne Sekunde. Okay. Dann lass uns einfach irgendwo hier raus. Moment. Hier, komm her. Wie geil du Scheiße. Oh Gott sei Dank, da liegt doch jemand. Da liegt vielleicht noch jemand? Gut. Gut. Ja, wir sehen gut. Was wir simulieren. Ich weiß gerade Monike. Du Andreasocck. Oh Geh wieder gerne rein und hole gar Zeit. Rände der Schüler. Ich glaube wie, okay. Ich verbinde mich. Ich verbinde. Warte, Tötung 2? Ja, 2 Stück haben wir. Wir sind ja richtige Monster. Aber warum hab ich 2 getötet? Wieso hast du 2 gemacht? Hast du 2? Ja, steht ja. Weil du schiebst es halt wieder. Der eine ist ja dann durch mein Gift gestorben. Aber wo bitte ist der andere gestorben? Draußen ist ja oben einer gestorben. Hast du da irgendwelche Fallen hingelegt, wo der durchgelaufen ist? Ah, ich hab eine Tonne hingestellt. Siehst du die Fallen? Siehst du die an den roten Explosionstonnen? Ist nicht wahr. Ja, siehst du? Du sagst immer bringt nix. Naja, ein blindes... Ohren und trinken und... Naja. Wann wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Falls es mir vielleicht noch einfallen sollte. Mehr sehen wir. Sehen wir vielleicht in der nächsten Folge. Dann von Hand Showdown oder so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Einschalten. Tschüss. 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 Hm, 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 hm. Macht den März gar keinen Sinn? Überhaupt nicht. Hm, hm, hm. Also Ende Februar oder so. Allein fast. Ohoho! Bis zum nächsten Mal.